Ja, da fließt also jetzt die Rhone aus Genf heraus in Richtung Frankreich. Wir sind also jetzt am Genfer See angekommen. Das ist der Blick in die andere Richtung, wo also aus dem See die Rhone rausfließt. Schöner Sprinkwunder hin. Für uns haben sie extra auch noch ein Riesenrad aufgestellt. Also Genf ist auf uns vorbereitet. Das freut uns. Wir werden jetzt aus Genf auf der rechten Seite des Genfer Sees wieder rausfahren. Und fahren dann wieder aus der Schweiz raus und werden wieder nach Frankreich einradeln.